in hamburg und berlin und manchmal auch in der nähe von münchen diesmal videoblog rund um die themen dating beziehung liebe heute geht es um das thema ich streite also wir haben viel streit in der familie und trägern uns gegenseitig an wie navigieren wir das ja schaut euch mal an ja kurz vorab 16 gibt es die neumond virtuelle liebeschip party also in zehn tagen und denkt dran die liebeschip coach ausbildung wenn ihr gerne von meinem wissen profitieren wollte oder das für euch nutzen wollt den wir für euch persönlich oder vielleicht seid ihr auch in irgendwelchen beratungskontexten gibt es noch den deutlich vergünstigten preis noch kurze zeit schaut euch das mal an und auch die selbst liebe challenge könnte man jetzt noch einsteigen so ansonsten hoffe ich euch geht's gut trotz dieses transzentrale es ist ja so verrückt gerade also wieder alles alle angespannt so hallo christian ja also das ist eine nachricht von ane jetzt schäbskola und mir hat jetzt neulich jemand geschrieben dass es diese namen gar nicht gibt in keiner slawischen sprache ich bin schockiert okay gut spaß beiseite so hallo christian erst mal dank für deine videos und kurse ich habe modul 1 und 2 also das ist umprogrammios liebeschips also mein kernmodul meine hauptgeschichte für die die mich noch nicht kennen und die vertiefungsübungen dazu durchgearbeitet um ihn gerade in der selbst liebe challenge genau die kurse hat mir schon sehr geholfen und ich weiß nur dass ich an mir arbeiten kann und durch mein leben verschönern kann die meditationen sind dabei unglaublich hilfreich das ist diese liebe chip plus geschichte da schreiben wir gerade viele zu glaube das haben viele noch gar nicht so richtig gesehen aber egal so trotz der kurse meine direkte frage an dich weil sich meine konfliktsituation außerhalb der zweisamkeit ergibt wir in den 50ern und seit 25 jahren verheiratet haben kinder die keine mehr sind eine 16 jährige tochter eine 17 jährige tochter und ein 21 jähriger sohn student der nicht immer aber im moment natürlich öfter bei uns ist ja also quasi kann man jetzt mal so flapsig sagen vier erwachsene menschen so muss man das dann auch sehen denke ich um das ganze noch zu verkomplizieren mein mann und ich sehen uns seit vielen jahren meistens am wochenende arbeiten in einer anderen stadt und teilt sich die wohnung mit unserem studierenden sohn das ist ja ein spannendes konstrukt ok der konkrete anlass wir hatten eine woche ferienhaus geplant zu zweit ohne kinder vermute mal dass das euch gehört wenn ich das so richtig sehe hier trotz oder gerade wegen des angesagten schlechten wetters denn haus und garten müssen unbedingt winterfest gemacht werden mein mann war letzte woche sehr erkältet ich habe mich dann angesteckt und bin immer noch nicht wieder fit meine tochter hat gestern dann auch eine erkältung bekommen also ist mein mann also schwere erkältung also ist mein mann gestern früh alleine losgefahren logisch macht das schon sinn ja also erstmal muss man jetzt heutzutage einfach immer sagen wenn man heutzutage krank wird ich weiß nicht ob ihr schon corona hattet oder nicht aber heutzutage kann man ja nicht mehr einfach krank werden ohne dass man völlig angespannt ist also das muss man auch immer überlegen bei allen paar konflikten familiären konflikten muss man immer überlegen wie viel stress ist gerade so im gesamtsystem drin weil je mehr stress da ist ja umso mehr kommt man in son kommt das gehen in so einem kampflucht modus oder wie auch immer man das nennen will und umso mehr fängt man an dysfunktional oder so schablonen artig oder im schmerzkörper modus zu kommunizieren also das mal nur so als idee vielleicht vielleicht leckt euch das auch komplett dann egal wahrscheinlich ja und dann wollte ich noch sagen so wenn ihr so eine klassische familie seit die seit hier 21 jahren kinder groß zieht dann freut ihr euch wahrscheinlich wie hulle auch mal so sehr ihr eure kinder liebt auf zeit zu zweit und wenn das dann nicht stattfindet und ja einer alleine fährt und du musst jetzt oder muss darf sollst die kinder hüten und eigentlich hätte ich ja zu zweit urlaub gemacht das kann dann schon richtig anschauen das ist so ein bisschen so wie wenn man weiß ich ein kleines kind hat keine ahnung wie säugling oder so hat den ganzen tag gemacht und getan will endlich seine ruhe haben und legt das kind hin und will endlich seinen feierabend haben und dann wacht es nach einer stunde wieder auf und hat irgendwas und hat wieder hat sich schon eingestellt auf entspannung sie kommt da nicht ja das kann dann schon ganz schön nerven wahrscheinlich sehr geflüchtet und froh in ruhe gelassen zu werden ja weiß ich jetzt nicht ob das so ist müsste man ihn fragen was soll er hier zu hause mit uns schnupfennasen rumsitzen also ich entnehme dem mal dass du dir eigentlich gewünscht hättest dass er da bleibt und dann das wäre jetzt mal der erste hinweis das kann sie mir auch immer noch sagen würde ich ihm sagen ich auch wenn du das logisch richtig findest kannst du emotional sagen ich hätte gerne so hier bleibst für mich war nicht dass er unsere zeit gewesen wäre wirklich für dich total naheliegend finden was soll er jetzt zu hause mit uns schnupfennasen rumsitzen er streitet eh nur mit unserer tochter und er tut seinen teil für unser ferienhaus das wird sein erfolgserlebnis ich fühle mich etwas irrational alleine gelassen die kinder haben null verständnis ich weiß es nicht null verständnis für dich für euch alle für die situation weiß ich jetzt nicht aber irrational alleine gelassen ja emotionale sind nicht das ist genau was ich meine also das solltest ihm gleich noch mal sagen dass du kannst dir wünschen was du willst auch wenn das rational keinen sinn macht du kannst sagen ich hätte ich lieber hier ja erst ja ein freier mensch aber du kannst du kannst und man sollte in beziehung seine emotionen mitteilen was der andere damit macht dann ist eine andere sache ja wenn ich mich gehe bin ich sogar froh dass er weg ist das leben ist einfacher ohne ständig vermitteln zu müssen ja aber das sind zwei verschiedene ebenen du hättest gern glaube ich zeit mit ihm beziehungsweise möchte es nicht alleine da irgendwas aushalten oder machen höre ich so raus auf der anderen seite wenn er wenn er und sein also wenn von euch dreien die da gerade sind oder vieren zwei ein totaler konflikt herz sind ja klar ist es dann dem moment erstmal einfach wenn jemand weg ist aber ist natürlich nichts gelöst meine fragestellung wie navigiere ich zwischen mann und fast erwachsenen kindern wenn ich oft an sich die meinung der kinder teile aber mir schon klar ist dass ich meinen mann nicht umerziehen kann was sie noch eifrig versuchen oder er sie es hört sich recht schwierig an gut also ich persönlich finde es also da sage ich immer die paar beziehung sollte die höchste loyalitätsebene haben das heißt das gilt natürlich vor allen dingen für kinder die jetzt nicht unbedingt schon erwachsen sind also ich muss mit erwachsenen kindern ist das echt schwierig weil das sind vier eigene personen normalerweise sage ich immer ja wenn du ein thema mit deinem mann hast dann sagt das wenn die kinder nicht dabei sind und diskutiert das dann mit ihm und vor den kindern sage ich immer sollte man schon versuchen vielleicht sich auf eine gemeinsame linie zu einen wenn das überhaupt möglich ist aber ehrlich gesagt wenn eure kinder quasi erwachsen sind muss man sich jetzt an die regel auch nicht so unbedingt halten dann seid ihr halt wie so eine wg auch wo alle vielleicht eine andere meinung haben so ne aber der mann scheint ja nicht so ganz einfach zu sein da sind sich ja scheinbar alle einig so ne ich sitze dann bei den schreitereien beobachte die negativ spirale mit entsetzen ja bei allen negativ spiralen ist immer zu gucken weil das ist ja im grunde genommen so eine kämpferische also es gibt tausend sachen wie man das sehen könnte aber ich mache so jetzt mal eine sache raus heute ist eine kämpferische kommunikation also die gehen in kampf und das führt zu niemandem was also alle haben da ihr irgendein thema was sie da abarbeiten nicht nur dein mann auch die kinder und du natürlich auch und wenn ein jemand anträgert also wie zum beispiel dein mann deine tochter anträgert dann wäre es gut in einer tochter nicht in kampf zu gehen oder also auch um erziehung kann kampf sein sondern zu gucken okay warum triggert mich das so an was ist mein thema damit so und natürlich auch wie kann ich mich dagegen abgrenzen wir können zum beispiel sagen ich möchte nicht so mit ihr reden ich möchte nicht dass du das sagst ich brauche das abstand zu dir manchmal auch ich ziehe aus oder ich weiß nicht was gut dafür ist jetzt noch zu jung vielleicht aber also sie darf grenzen setzen aber trotzdem darf man überlegen okay warum bin ich jetzt so angetriggert und das nicht einfach so raus poltern ich weiß es vielleicht viel verlangt aber ja gut sind ja fast erwachsen bei der mann ist natürlich gilt das natürlich noch viel mehr was ist in dem ihm los das ja das ist ja so angeht weiß ich nicht dass er sachen dass seine kinder anträgern muss oder angetriggert ist dann offensichtlich auch von der reaktion seiner tochter weil man kann wirklich nur weiterkommen wenn wir das habe ich auch in meinem artikel geschrieben könnt ihr auch noch mal lesen auf facebook den partner ausblenden oder in dem fall die tochter ausblenden oder den vater ausblenden wenn ich diesen meinen counterpartner ausblende was ist mit mir dann was zeigt mir diese situation was darf ich lernen was spiegelt mir das gerade was welcher schmerz möchte gerade angeguckt werden zum beispiel der schmerz nicht verstanden zu werden bei deinem mann ich habe keine ahnung was er hat vielleicht mit life crisis weiß ich nicht oder kein bock mehr ich habe überhaupt keine ahnung bei deiner tochter sicherlich nicht verstanden werden dieser schmerz sind das vermittelt denn sie ja wahrscheinlich auch schon länger hat und man kann dann nur weiterkommen wenn man nicht ständig versucht da kannst du deinen kindern schon viel beibringen nicht irgendwelche andere ändern oder retten zu wollen sondern einfach zu weiter zu gucken okay was warum warum habe ich das angezogen selbst in der familie warum habe ich das angezogen ich weiß es viel verlangt aber es ist ja nur meine meinung warum habe ich das angezogen was soll ich hier lernen was ist da vielleicht ein trauma oder schmerz oder schmerzkörper meiner ansicht nach muss es auch gar nicht unbedingt immer aus aus diesem leben sein aber das ist eine andere frage ist auch egal meinetwegen aus diesem leben oder meinetwegen auch aus der familien geschichte was in den genen abgespeichert ist epigenetisch oder ich weiß es nicht also was möchte da angeschaut werden und dass diese emotionen dann zu verarbeiten zu navigieren wie du gesagt hast gut jetzt natürlich die frage ja was kannst du da machen kannst das vorschlagen aber du schreibst natürlich als jemand der da jetzt gar nicht drin ist also du kannst nur deine eigenen emotionen navigieren von fassungslosigkeit will ich mir eigentlich gar nicht mit angucken und dann überlegen ja was ist da das richtige so du kannst sagen ich möchte so eine kriegerische kommunikation nicht haben familientherapie machen das wären so sachen aber du kannst auch und solltest auch dich selber schützen und du solltest auch akzeptieren dass du weder deine tochter noch deinen fahr deinen vater soll ich schon interessanterweise also deinen mann ändern kannst auch du kannst letztlich auch nichts ändern dass sie sich da an die köpfe gehen du kannst nur zum beispiel sagen ich möchte ich guck mir das nicht mehr an ich gehe raus im zimmer ich will das ja so kannst du überlegen was ist für dich das mit der meisten selbstliebe das ist eigentlich immer eine gute sache das erst mal zu überlegen noch eine zweite frage die sich an das thema anschließt mir fehlt auch die balance bei den kindern kann ich gleichzeitig lieben und loslassen bei meiner ehe irgendwie nicht erst weg und ich bin ganz glücklich mit mir ja innerhalb einer ehe wo du jetzt nicht deutlich machst ist sie jetzt irgendwie toxisch oder irgendwie sowas also innerhalb einer ehe dass man da mal froh ist wenn der andere mal eine woche nicht da ist wenn man über 20 jahre zusammen ist finde ich jetzt erstmal nicht so eine riesen problematische erkenntnis glaube das geht den meisten so und dann freut man sich auch wenn der andere wiederkommt so er ist wieder da und die schwanke zwischen erste ablehnung und dann zu viel nähe ja gut ich meine ich lese da jetzt mal raus dass du schon lust hast sonst wirst du glaube ich auch nicht so angefressen auf zweisamkeit mit deinem mann das ist schon mal gut und solltet ihr auch unbedingt nachholen ich glaube das ist jetzt wirklich so eine gratis weil wir ganz wichtig für euch und es klappt jetzt nicht also wie kann man das nachholen war das eine gute lösung das so zu machen keine ahnung hätte ich vielleicht nicht alle verschnupft da hinfahren soll also wie gesagt ich jetzt diese ganzen implikationen was man verschnupft gerade machen kann oder nicht das jetzt mal außen vor und zu kompliziert weiß ich jetzt nicht ja und du lehnst ihnen glaube ich ja nicht als mann ab deswegen wünschte die nähe aber du lehnst ihnen ein stück weit ab als vater gerade und das kannst du ihm auch ganz klar kommunizieren dass du sagst hey pass mal auf also auch wenn es bei euch alle mehr oder weniger erwachsen sind also du bist hier der vater und so geht es nicht ne also auch da gibt es letztlich standard zum deal breaker dass man sagt ja wir haben vielleicht unterschiedliche erziehungsmeinungen aber du kannst nicht so hier unsere tochter angehen das geht nicht das ist und ja vielleicht entsteht daraus eine ehekrise vielleicht nicht auch das könnte man ohne die kinder einer partherapie thematisieren so und auch da gibt es diese kriegerische ebene zu vermeiden und ja wäre auch zum beispiel teil meiner ausbildung da gibt es dann diese eft und ich weiß nicht was also nicht dass ich eft ausbilder aber ich spreche dieses thema an eft da geht es auch viel um dieses wie kann man konflikte anders lösen ja aber wie gesagt das was ich jetzt hier mal so ein video sagen kann wer eben nicht also ich nehme mal ein beispiel nehmen wir mal an deine freundin hat macht sich die haare blau so und so wenn ich das jetzt tierisch aufregt dann kannst du hingehen kann sagen hast du ein rad ab wie kannst du die haare blau machen spinnst du oder sagen wir eure tochter ist vielleicht noch einfach eure tochter fährt sich die haare blau ich weiß nicht ob du überhaupt dich zerstören würde aus dem immer mal an es würde dich wahnsinnig stören dann kannst du hingehen und kannst in konflikt gehen kann mit dir spinnst du morgen ist das weg du bleibst dir wieder das so geht es nicht schneide die haare ab das ist so in kampf gehen irgendwie dann und sozusagen zu gucken warum nicht angetriggert wäre okay warum regen mich diese blauen haare gerade so verdammt auf kommt man vielleicht darauf dass man selber zu angepasst lebt dass man vielleicht nicht selber die haare blau färben will aber vielleicht etwas anderes verrücktes machen will oder man kommt bekommt dahin dass man ja dass einem konventionen ganz wichtig sind ob das denn gutes thema ist und also man sollte immer wenn man irgendwas ganz doll will wie manchmal in toxischen dating situationen oder ganz doll ablehnen macht es immer sinn zu gucken was da gerade los ist was sich da gerade zeigt so ne ich glaube wie gesagt du hast den konflikt hier dass du ihn einerseits als vater sie ist wo du ihn glaube ich ablehnst und als ehemann vielleicht nicht unbedingt außer dass jetzt gerade vielleicht nicht genug deine meinung sagt und sagst was du willst weil offensichtlich bist du mit dieser lösung nicht zufrieden und ja also viele von meinen zuschauern kreisen ja zu sehr um den anderen dass du vielleicht mal gucken kannst ja schön dass dein mann das jetzt gut findet aber du kannst ganz klar sagen ich finde es keine gute lösung und das führt gerade in diesem moment zu einer entfernung auch emotional für mich und vielleicht bist du deswegen auch manchmal so eine ablehnung vielleicht hast du auch keine lust mehr auf fernbeziehung vielleicht hat überhaupt da hast du jetzt gar nichts zu gesagt irgendwie ein thema plus pro minus pro thema dass er sich immer raus zieht und du bist davon genervt und ja also da wird mich jetzt ein bisschen überfordern da jetzt so der glasbuhl zu gucken hier an diesem punkt da müsstest du mal endlich gehen habe jetzt mal so ein paar sachen gesagt wie stehst du zu deinem mann wirklich vielleicht gibt es auch wie besonders zwiebel so verschiedene ebenen und ja und vielleicht ist es doch was ich habe eben gesagt vielleicht bist du nur unzufrieden als vater aber vielleicht ist es auch noch mehr vielleicht bist du auch unzufrieden mit der ganzen situation und wie wie bei fast allen gerade bricht es gerade aus dir raus weil es gerade überall aufbricht und ja vielleicht fliegt euch der ganze laden um die ohren wie gesagt würde einfach mal gucken dass man auch mal fast nicht paar therapie familien therapie wenn ihr bock drauf habt vielleicht durch der ganze laden um die ohren aber kommunizieren mit ihm was du denkst ganz klar ganz ruhig dass dich nicht anträgern red mit deiner tochter sagt er sich nicht so anträgern lassen red mit deinem mann sagt dass es so nicht geht oder ich weiß ich kenne die themen jetzt überhaupt nicht aber letzten endes sind es vier mehr oder weniger erwachsene menschen und ja das ist deren spielfeld halt eins sauber und trifft du entscheidungen für dich die für dich eine hohe selbstliebe bedeuten das würde ich jetzt hier mal so sagen ja in diesem sinne wir werden es bald wieder sehen und dann